Aber wenn wir jetzt an Vorbereitung denken für BWL, jetzt richtige BWL-Vorbereitung, was musst du da machen? Es gibt eigentlich nur zwei, nee, drei Dinge, oder? Wo ich sagen würde, es lohnt sich, die zu machen. Das ist im Endeffekt einmal den Umhang holen. Okay, es gibt vier Dinge. Einmal den Umhang, das ist der Onyxia-Dragonscale-Oman. Onyxia-Dragonscale, den haben schon viele wegen der Feuerriebe, den haben sie sowieso. Das ist der Umhang hier. Ist der auch Leder, ja, ne? Rücken. Den hier, damit ihr BWL-Nefarion machen könnt. Der ist wichtig. Dann brauchst du im Endeffekt die Pre-Quest. Die ist aber super schnell gemacht. Ja, für die Pre-Quest müsst ihr nur Blackrock gehen. Ihr geht in Blackrock rein. Und dann ist neben dem Eingang, ja, neben dem Eingang von LBS-UBS, ist ein Mob, ein Rare-Mob. Der ist immer da. Ja, wenn ihr irgendwie mal einen Run macht, UBS, ja, sagt mal kurz, ich will kurz ein Rare-Mob machen. Der looted ihr in den Brief und damit müsst ihr einmal UBS laufen. Das war's. Die Pre-Quest ist einmal UBS, ihr seid durch. Ja. Super einfach. Dann, was kann man dazu noch machen? Ähm, Consumer Builds, kannst du stacken. Das hat aber, denke ich, jeder schon. Ja, guck, was deine Klasse braucht. Ein paar Feuer-Risi-Pots mit. Baller dich durch. Aber das sollte eigentlich jeder schon haben. Aber das ist ja halt optional. Weil das hier ist ein Master. Die beiden Dinger müsst ihr machen. Und das hier ist optional. Und was du machen kannst, ist 100 Coins sammeln. Auch wenn ich da glaube, dass die Coins eventuell erhöht werden. Und die Coins meine ich die hier. Die Coins, die ihr bekommt. Von den Daily Dungeons. Ist das Ding, ne? Diese Undermine-Real-Rewards. Weil, auf dem PTR aktuell ist es so. Es gibt nur 125 Coins. 125. Gibt es nämlich Tier 2 Armschienen. Ja. Weil das Ding ist mit BWL. Tier 2 Armschienen gibt es für. 125 Coins. Tier 2 Armschienen. Und die Coins bekommt ihr, wisst ihr ja. Wenn ihr in einen Dungeon läuft. Wie jeden Boss bekommt ihr einen Coin. Einmal pro Tag. Das heißt, heute könnt ihr jeden Dungeon einmal laufen. Und dann hast du 20 Coins oder so. Das könnt ihr auch machen. Weil das Problem ist nämlich mit Tier 2. Ich glaube, deswegen haben sie es gemacht mit diesen Coins. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bosse. Aber ich glaube, es gibt 9 Tier 2 Teile, oder? Ne, warte, es ist so. Ne, sorry, sorry. Es gibt, sorry. Es gibt 8 Bosse. Aber ich glaube, es gibt nur noch 7. Es gibt nur noch 7 später, weil du 2 Bosse wohl zusammen machst. Genau, du kannst 87 am Tag machen. War nur ein Beispiel. Genau, vor jedem Boss bekommst du einen Coin. Von jedem Boss bekommst du pro Tag einen Coin. Von den High-Level-Dungeon. Und ich glaube, deswegen haben sie es mit reingepackt. Weil es ein Boss weniger ist. Im neuen BWL. Weil ich glaube, Schattenschwinge und Feuerschwinge sind ein Boss zusammen, oder? Oder wenn es Flammenmaul und Schattenschwinge, irgendwas wird zusammengelegt. Also kannst du im Endeffekt einmal jeden Dungeon machen, oder hast du das auch für dich? Und Ragi und Uni fehlen genau. Die sind auch nicht mehr da für Tier 2, das gab es ja auch noch. Und deswegen kannst du dir die Coins gönnen. Aber das war's, mehr musst du nicht machen. Jetzt sind die Coins, glaube ich, noch auf 100 gecapped, soweit ich weiß. Aber das muss höher gehen, weil aktuell sind es ja auf 125, die abends stehen. Aktuell sind es auf jeden Fall noch gecapped. Und mit dem Core-Forge-Gedönsch, das weiß man, was es ist. Also Core-Forge, du kannst einfach zwei, es gibt zwei Tier-Sets. Du kannst einmal sagen, ich würde Tier 2 haben mit Tier 1-Bonus, oder du nimmst Tier 2 mit Tier 2-Bonus. Je nachdem, worauf du mehr Bock hast. Aber ich werde nur kurz drüber reden, was man machen kann. Wie gesagt, das ist optional, dann müsst ihr machen.